ARD Text im Auftrag von Funk Feuer Vierer schon Auf Seele Wunsch 5 Cent Ja, schön, meine Getöteten Ja, ob ich noch mitmache und Pfeife? So, noch 5 müssen wir aufspießen, los, das schaffen wir Das ist super, wie man mir auch hilft Ja, wenn du am untersten Ende Na, Rade rennt doch da die ganze Zeit rum Ey, du musst aber sammeln hier Ey, warte mal Du musst nur X drücken Du musst einfach nur X drücken Ja, aber gerade ging's ja noch nicht Disco Kugel Lass mich die mal zurückbringen Kann ich die mal draufschießen? Dankeschön Also ich will ja nur die Kugel eigentlich so Ich hab mal zu warten, wir müssen auch noch rumsen Holla Bitte Ob du mal kommst? Nein Wo denn hin? Disco Kugel Falscher Weg Sackkasse Ja, ihr seid echt Helm Ne, das war schon richtig Hier, also der Beleg an sich Voller noch alle Bewegung Eigentlich hätte man die andere Kugel gleich mitnehmen können, aber dann Ne, jetzt ist es gespielt Jetzt sind wir immer da Wollen wir erst mal eng sich ja dann Zack, noch zwei, überdurch die starren, los, das schaffen Was das? Warten bis die da noch eins Noch eins Gehe weiter, dieses Graf macht mir Angst Ja Ich würde diesen Orn abwerfen Das kannst du lauter Aber dann sollte ich Oh, sorry, Alter Das darf doch nicht wahr sein Ja, ich hab's mitgegeben, jetzt bin ich tot Hm, guter Punkt Alter, wie weit Ich würde gerne weiter Danke Aber dann zieht uns das glaub ich auch nur hundert, äh tausend ab und nicht gleich Alter, Alter Ja Die schon wieder Die Lemminge Was zu töten Uğuh Gost, ne Da haben wir zehn Feinde ausgeschaltet Geht da weg Ich habe euch gemacht Ja Weg, du was ein Oh der explodiert Geil Ach geil 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 hast du Eis Nee Also die ist einfach mal brennt, ich hab die Kugel mal weg Alter, warum brennst du hier und warum brenn ich und warum... Alter, hier brennt alles. Was ist denn mit der Kugel passiert? Wäre das cool, weil... Äh, ich hab ein Problem dort. Aber Ralle lebt noch. Ich auch. Ich werde drinnen nutzen, Alter. Alter, wir brauchen mal... So, wir brauchen mal die Kugel. Ja, die lässt sich da dran. Ja, die liegt da scheiße. Liegt da... Warte, ich hab ne Idee. Geh weg. Ja, ich auch. Nein. Das war in der falschen Richtung. Die Idee war ja nicht schlecht, aber die Umsetzung das war wie noch Matsche. Na hallo, die war doch nur in der falschen Richtung. Jedenfalls haben wir so ein Disco-Failing. Schießen wir. Vorwass dich nicht so schlimm ist es mehr. Geh da sich schneller... Wenn man mich nie abschießt ja. Ach komm, beweeg ich... die heute lang ist das so lange und nein das soll sagen doch Mensch Alter ich weiß doch wo der Weg lang auf jetzt! du hast mir nur meinen Schuh abfühlen, nein ich bin ja Mocker alle hin, alle hin ich bin zurückgeblieben eh ja raus nee erst mal ein paar Mal, dann musst du abschlafen das ist doch schon nix ah nee guck mal hier Alter bitte nein müssen hier aber sie rumschlafen wenn die explodieren also ja nehmen das mal als eindeutiges ja wieder mit seiner Scheiß muss eine Falle sein, lass uns trotzdem ihn eingehen halt doch warum zum Fick Alter das ist weg oh shit ja wer macht es mir zu Alter da oben kam man nicht mehr durch, verstehe nicht ah lol unten Mocker muss halt schießen unten ne schaust du wie hoffe ich spieß da oben mal nicht schießen ja hauptsache der kriegt den Finger, oder? ihr seid so zuhör ich hab nicht geschossen schu, 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 schu was ist das schießen? alter seid ihr schneu, ey es wurde halt doppelt geschossen ey ist irgendwie noch schießen wenn ich schon den ersten Schiff drauf mache dann mach ich das auch weiter mach ich das auch weiter mach ich was ich mach's denn da kurz Ruhepause musst du dich sofort schießen 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 oder auch nicht ja steh steh boah da wir müssen bestimmt auf beide Plattformen warte ja ja schlau schlau later und jetzt dürfen wir das hier durchgehen bleibt das hier draußen das ist wichtig genug dass du dich anziehst wie deine Mutter ne schick ihn durch jetzt könnt ihr doch einfach durchgehoben man du machst dich über mich lustig, oder? statt es durchläuft, ist doch alles da ja ach so na und jetzt Ralf alter einfach mal als Gelder und jetzt und jetzt Ralf blande ich euch tot und ich muss so denken f*** dich das war grad wie bei Kevin allein so aus irgendwas habe ich vergessen Ralf uuuhh 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 jetzt ist es auf die Schnauze Käfer Nein, warte schon, diese dreckste Vorhochschnaufe noch vorliegen was? vor allem die habe ich immer um die Monster kümmere und die haben das Ding wo die hier zu bohren werden die Hilfe die Hilfe die Hilfe die Hilfe Alter ich bin drauf geachtet nicht du nein, lass die uuuuhh wie hier ist die Kühl mit diesem Polski pft ja ja, du sammelst hier schön Münster ein wie siehst du da wo dann die Kühl alter, da unten guck mal da wird es noch spaßig Der Fixer. Das ist ja simpel. Wie einfach erstmal ruhig renn. Wo bin denn ich? Da ist ne Maske. Ich hab die Maske. Das war wichtig. Bin ich eigentlich tot? Kann mal einer beten, bitte. Warte, du musst. Ich bin der Jump'n'Run-Mobi. Der Jump'n'Run. Guck mal, der muss da. Einer muss jetzt noch in der Mitte. Nicht der. Nein, nein. Ich schaff's. Ich schaff's. Das braucht doch nicht wahr sein, warte. Ich will das. Jeder muss erstmal wohl auf die andere Plattform, oder? Wir waren noch nicht alle auf dem Plattform. Lass euch sterben, wie schneller. Hä? Warum? Wir kommen ja nicht. Hä, wie sitzen jetzt? Ihr könnt eigentlich durchreben. Oben rum und dann da runter. Jetzt Rally noch irgendwie. Falsch ab. Ich seh nicht, wo ich bin. Ihr könnt auch mal bitte eure fetten Ersche mal nach vorne bewegen. Ich stehe auch nicht. Wann? So, jetzt. Das war aber der grüne. Ja, ich versuch's so. Mal gucken, wie ihr ihn vorschlägt. Jetzt links. Pause. Pause. Keine eine. Oh, los. Vergiss es so. Du bist so ein Mixer. Ey, hallo. Mann, ey, könnt ihr euch jemals Knie ficken? Einmal. Ne, wie mit der scheiß Diamanten, Alter. Scheiß auf die Diamanten, Alter. Es war eh verkackt, das Feld, was man hätte warten müssen. Nö, los, mal los. Wenn ihr auch in Deutschland, dann muss ich halt auch. Fuck, ach scheiße. Das ist ja super. Ey, voll. Glaub ich die Dinger jetzt, äh. Ja, toll. Äh. Ähm. Das ist ja richtig schön. Haha. Oh, fuck. Ach, shit. Was? Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ich glaub, wir müssen auch was ab. Ich glaub, wir müssen einfach weg. Wir müssen einfach nur überleben. Das schaff ich nicht. Was ist denn? Warum flieg ich denn so rekel? Also ich warte nicht auf euch, das tut mir leid. Ja, Alter. Wir sollten mal spawnen, weil wenn er dann weg ist, so. Ja, dann sind doch alle weg, hm. Vielleicht sollte ich euer Entschluss mal testen. Da kommen sie! Werden! Bomben! Alter, ernsthaft! Und nicht Bomben! Man, klappt! Waaain! In dem Blue Seed and Chess Dauerschaft nehmen wir den Roten Vier. Geil, voll offen, äh. Bomben sind völlig scheiße gegen die, ne? Also super, wirklich. Das würde ich jetzt wirklich weglappen. Aber dann sprengst du die weg. Ja, das müssen wir dann alle zu einer Seite laufen. Nein! Verlebt mich! Verlebt mich! Verlebt mich! Verlebt mich! Ich habe ein Problem! Ich bin wieder da. Ich bin eingefroren oder so. Ja, das habe ich auch gemacht. So, ich ausholte. Ich bin in der Buntasee! Scheiß verkackte Mist! Grüne Torch! Mistgrüne! Hal,x Cohen, x2, x2! Achaja, ich hab noch einen! Also mich hast du! Dann warst du der Underworld mein Ho де der Woche? Huuu! Huuuui! Einen hatte ich los. Ja, wir sind die Kings. Was ist das? Ob der Arschmarken! Ich musste den durchziehen, es tut mir nicht leid. Bueht, Horus! Das ist ja eine Lücke! 10, 9 Minuten. Das ist es! Ja komm ich will die Kürze hin. Ja 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 ja. Pop benutzt ja? Ja wo musst du den meisten? Ich bin schon aufgestorben. Joch. 65 Sprünge ja. Läuft. 21 Rollen. Und was? Und? Wisst ihr? Ja richtet euch für mich auf. Was denn? Da weiß ich wo doch die meisten Töne ja. Ja null. Und die Edelstein 160. Bei so benutzen die Meister Revolver. Dann nehmt du wohl Schutti oder irgendwas. Ne, in dem hab ich jetzt immer die MP noch mit. Boah, ist weiter. Wir waren ja unfassbar gut. Ne. Unfassbar scheiße. Gerade fehlt. Ah, wo ich bin. Ah, ich hab mir die Juden geschehen abgezogen. Ja du kennst schon die Werte. Lass die Große nehmen. Lass die Große nehmen. Ja die kann ja nur eh noch nehmen. Ja aber das wird auch glaube ich von uns allen abgezogen. Keine Ahnung. Ich mach hier. Ne. Das kann ich nicht mehr. An den Dämonen die da leuchten kannst du ja sehen wer welche Truhe aufmachen darf. Ja ich könnte. Na aber ich wusste die als Große. Wie gesagt. Diese Scheiße gehören euch nicht. Sieht ihr euch gerne selbstlos aus. Wenn ihr euch zurückkehrt werdet ihr sie ihm zu Füßen nehmen. Versprochen. Na dann lass sparen. Spare dir. Top. Da ist er. Da ist er. Smart Human. Da ist er. Im nächsten Mal geklatscht. Alles Pfeifen. So abheben. Wie abheben. Na ja. Was ist hier los? Mach doch mal langsam. Du Nutte. Du Nutte. Was sind das für Dinge hier eigentlich? Warum bin ich tot? Hilfe. 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 Ich bin ja froh und eiskalt hier. Ich bin ja froh und eiskalt hier. Dichter. Schwarzer Eiszapfen. Guck. Die kann ich auch machen. Warte da. Wo war das denn? Wo war das denn in dem Menü? Wir machen die da aufte, aufsaut. Wie ist das vielleicht aus? Geht es anders. Ach du Scheiße. So viel neu. Die Maschinenbistolen. Was ist das hier jetzt? Na ja. Gift Widerstand. Ratatatatata. Junge. Waffenstärke Null. Das ist eher Hausjahr. Ratatatata. Nö. Die ist voll scheiße. Ratatam junger. Ratatouille. Ratatouille. Meine Waffen sind auch ziemlich scheiße. Flammenwerfer, weil, ich kann Nachwerfer benutzt sich nie Ratatatata, können wir mal machen Stimmt, die, die da sind, die, die wir noch haben am Diamant Mathematik, Schrotflinte, aber da ist die normale Schrotflinte noch geil, oder was? Ja, ich hab auch die normale Kann man die jetzt ausziehen, eigentlich? Die alte? Ich glaube nicht, so leid es mir tut Und Jas Wir mussten noch da irgendwo, wo die Sache Nein, will ich ja noch Warum sagt ihr wohl? Warum sagt ihr wohl? Warum sagt sie, wenn Hormusin sagt Hormusin hat recht Also alles rollt Jeder weiß, dass Hormusin recht Ich hab Hormusin Das ist für kurz Nicht tot, die Hormusin Da runter Das ist ja Sieht aus wie die Falle Hübel Das ist aber Alle rollen Der ist da drauf da Das ist doch kurz anrollen Alle rollen Was können Jetzt rollst du nicht? Ich schrotflinte in den Boden Ich bin tot Was bin ich wieder? Wie willst du mich eigentlich hier tun? Ah, guck mal Ne? Stark Jetzt zieht es natürlich hoch Voll die Falle Oh, überraschend Alter Damit hätte ich echt nicht gerechnet Na toll Los geht's Nein, der ist voll gruselig Wie der schreit Und so Guck mal Der hat den Club ohne verschluckt Die sind voll überhaupt nicht gefährlich Aber lass den mal wegwitzen Die Dinger gehen ja nicht mehr auf Übrigens Das ist doch kein Problem Dann war doch ein Bild tot So, mal den Mediamg probieren Ich klatsche den einfach oben Ich hab den Mediamg voll behindert Wieso, nein? Ich mach mal ein bisschen verarmen Oh, er hat mich gechlatscht Ich kann ja erst die Fetten liegen Nein, ohne Bomben Ich hab... Wir müssen so schön aufpassen Wo wir den latschen Der war auf die Brauchtzimmer Na, das geht doch gut Ich stehe nur noch vor ihm Und schießt die ganze Oh, das war jetzt außerdem mit der Bombe Ich glaub ich hab Eisschaden Ne, oder? Das hört mir Ich hab... Du bist immer so hart Du Mofo, Junge Du Mofo, Junge Oh, er hat einen Dicker Hörbe Ich will nicht bauen Ich würde gerne mal respawnen Ja, ich will respawnen Und gleich wieder tot, Alter Was? 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 Was willst du das tun? Ey, es ist voll voll hart, Alter Das ist voll voll hart, Alter Du kriegst die Nuttensch... Verlose, Alter Ich sehe absolut nicht Nein, ich will nicht schon wieder sterben Nicht schon wieder Nein Oh nein Was ist er? Oh, f**k hat mich nicht Kann man eigentlich einfach... Waaaah Ne Was schreit denn der so? Was ist aber schreit? Warum muss er auch noch da runterkommen? Joach denkt man sie müsste hier schreiten Frau Heilumpen 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 Ja, warte nur Ich weiß auch nicht... Irgendwie... Joach... Natürlich krieg ich ein... Ne Ein kleines Problem Oh oh Ach quatsch Ach du Scheiße Einfach hier rüber Heilumpen Nein 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 Ich weiß eigentlich wie man da rumkommt Noch einer in die Fackel Nicht wärm jetzt Ach man darf nicht in die Fackel Ja Ich darf es noch Also Jetzt gewartet bis einer gesporn ist Ja genau Weil das Eis schon so ein Arsch hinter mir war Ach erzähle dich da war noch drei Reihenblatt Wie kommt man denn da drüber über das Ding? Das weiß ich nicht Einfach drüber springen Doch Wichtig Das sind wir Ihr seid irgendwelche alten ägyptischen Pfotzen, weißt du Aber wir Hallo Also Warne instagram Na toll Los geht Joach Ich wär' von commun Warum��el der nur wir, der ist tipp Teil Was der Ich hätte den mit Bomben dahin geschleudert, wo die Dinger sind Entonces Ja BOMBRE Die Radare anzubieten hat, die würden BOMBRE Hat er mir in den gedudelt, Alter. Weil dem zieht das doch, obwohl dem wird das nichts abziehen. Dem zieht gerade überhaupt nichts ab, kann das sein? Vielleicht muss man den erstmal auftauchen. Aber da haben wir genau das Richtige. Ach, wir sind einfach schon an dem Punkt, wo wir vorhin waren. So, wie kommt man jetzt sicher hier rüber? Ja genau, am zweiten Zahnrad. Wo ist denn das wahr? Ich bin immer mit der Fackel im Fackel. Okay, man darf auch nicht ans Zahnrad heranspringen. Du kannst auch beten wahrscheinlich, weil das leuchtet so komisch. Was bringt das? Ja, da sind wahrscheinlich dann Flächenfrei. Genau. Ach du Scheiße! Da hättest du mich fast erwischt. Ich würde sagen, das tritt einfach dann um. Ne, du kommst hier aber besser rüber, Alter. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Da ist er aber überhaupt. Rot, Alter, Scheiße. Ich auch. Mit einsteigen. Ja! Aufschauen! Spiel safe. Ich bin noch nicht da. 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 Jetzt. Ich lebe. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich. Ich habe Trüste. Ich habe Trüste. Weil jetzt nicht sterben. Ey, jetzt sind sie nicht. Also, der interessiert vorher auf was ich glaube nicht. Wer das sein? Alter, was? Was? Träht doch das Ding nicht. Scheiße. Ich bin noch nicht da. Alter. Alter, vor allem vor dem Disco-Felder. Jetzt war ich hier vorbei erstmal. Geh safe. Boah. Ja, das ist super. Ja, toll. Jetzt bin ich langsam. Toll, ich bin eingefroren. Alter, Alter. Versuchen wir auf die anderen zu schaffen. Die anderen sind egal. Nein. Die machen auch nicht mehr. Aber ein bisschen. Du brauchst jetzt diese... Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Bete jemanden. Bete jemanden. Bete jemanden. Ja, ich bin jetzt schon. Ich bin gerade tot, Alter. Bete zum Leben und Tod und so. Und nur Diamanten. Ja. Boah. Ja. Darf ich jetzt nicht nur überdanken? Weil du Diamanten warst. Würde ich jetzt mal einer Töte genutten? Ja, ich bin nur dabei. Hast du die gelben Zahl gesehen? Du bist ja keine Mutter. Äh, früher. Krass. Ja, man schreit, Alter. Gibt dich so ein Mädchen, Alter. Die schreit nie wieder, die Franz. Hahaha. Die hat richtig dick einbalsamierte Schwänzege. Oh. Hahaha. Ach guck mal. Jetzt geht noch ein Arme. Ja, ja. Oder Unterarm, Elbogen. Warum sammelt dies mit das eigentlich immer auf Wester? Du bist ja auch nicht selbst, Alter. Wir haben echt tolle Arme. Wir machen immer die Arbeit und dies mit damit auf Wester. Ja, weil die Opus schafft noch am meisten drin was. Weil ich ne geile Sau bin. Na, deine hat doch nichts zu biegen. Ja, die Opus ja auch nicht. Meiner hat ja einen Stab, Alter. Oh Mann, die haben wir meint. Ach guck mal. Da hab ich wieder nur einen einzigen abgekriegt. Das ist doch nur noch mal, Alter. Und auch noch einen. 1600 jetzt. Ist das euer Ernst, Alter? Ja, einfach gedrückt halt. Ah, oh ne Bazooka, Alter. Racketen, Alter. Ich hasse euch. Racketen, Alter. Verhält dich nicht schon, dass er uns immer Bomben vor der Füße legt. Racketen in den Nacht beschießen. Wie viele brauche ich 1.370 Minuten? Mh. Mh. 34 schon. Mh. 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 So, warte mal. Ich brauch das nicht. Flammenwerfer. Usio Bazooka. Alter Munitionsverbrauch. Wo ist denn der, Alter? Der wirst du einen Schuss vorhin haben. Das ist aber ein Granatwerfer, hä? Ach da. Das ist jeder Werfer. Aber Granatwerfer ist auch cool.